Aua Alter, diese fucking Fledermäuse Was? Was hattest du? Ne Schriftrolle des Todes, ich wusste nicht, ob ich die auf dich anwenden kann, deswegen konnte ich die ganze Zeit nichts sagen Ich hatte ne Schriftrolle der Langnamkeit und so nur gefunden, wieso kriegst du sowas imbares, WTF? Ja bei nem Rennigstein sind's aber eigentlich auch nicht so verkehrt Ja natürlich, aber ganz ehrlich Komm da runter, ihr scheiß Flederm Auaah Du wolltest die ganz andere anwesend Nein, 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 überlebt das, überlebt das, brennt Ich werd jetzt gleich aber direkt tot sein, wenn irgendwas kommt Oh, Spawner Dem sterb ich halt Ist das ganze Level einfach, oder? Scheiße Nee Hä? Labyrinth, alter, alter Hä? Boah, scheiße Hi Ah, okay, ich glaub Nein, er hat gefunden, ne? Ja, ich hab grad erst gesehen, dass hier ne Leiter ist Wo, wo, wo Was, was, wo, wo, wo Da haben wir da so paar Gegner, die man schlachten muss Die mich überrascht haben Alter, wo, wo bin ich hier? Ah, okay, ich hab's irgendwie geschafft Aber ich hab keine Energie, wenn ich jetzt hier sterb, ist das voll scheiße Hier oben den Gegner, den du gleich besiegen musst In der Ebene Und das war das Wow Wow von mir Alter, achte mein Leben Hör auf, hör auf, was auch immer du tust Nein, du hast dich vergiftet, du asoziales Arschloch Hör auf, hör auf, hör auf Ohne ja, das ist voll langweil Du hast doch eigentlich immer noch Dana da Du musst, du musst nur mit der kommunizieren, dann geht die auch voll ab Dann geht die auch, iiih Es gibt so Sachen Ich wollt halt die, die Frauen jetzt quasi austauschen Soll ich jetzt hier warten oder soll ich weitergehen? Nein, komm, ich geh weiter Ich glaub nicht, dass du so schnell nachkommst Na gut, du bist eigentlich schon wieder da Echt? Okay, ich hab die falsche Tür genommen Ah, Mann, ich hab ihn in den Weg nicht gemerkt Und vor allem Dana reint sich auch noch auf Jana, dann ist eigentlich alles cool Oh Gott, nicht das Ding, Alter, ey Ah, ich wollt da gar nicht lang, ich wollte rüberspringen Ah, jetzt bin ich schon wieder hier Welche Buschmenschen? Sag mir, was das mit Buschmenschen auf sich hat Ich brenne! Ah, geschieht ja recht Das ist voll nicht nett Ach, jetzt, jetzt weiß ich wieder, jetzt muss ich hier runter Da, die Leiter runter Hier rein, und jetzt bin ich da Oh Gott, endlich Ich komm wieder in den Kackraum Nein, ich hab's nicht mehr raus geschafft, rechtzeitig Scheiße Curry, hau ab da Curry Schade, ich glaub das sind schon alle tot Alter, ist das Boah, wie asozial Bist du auch eine süße Erdbeere Nein, ich bin ein, äh, eine süße Eule Nein, ich bin eine süße Erdbeere, so rum Das stimmt Ich hasse diese Dinger Die, die Dana kenn ich im Gegensatz zu Lisa sogar, sogar persönlich Jaja Drei Jahre Hey Hast du grad gesehen, was ich bekämpft hab? Nee Gut Warum? Dann weißt du nicht, was dich hier erwartet Denn ich bin hier fertig Oh genau, eine Schriftrolle Aber was hast du da grad? Wo war mein Gegengift? Hier ist mein Gegengift Hey, guck mal, ich bin nicht mehr vergiftet Haa Really? Nein, ich hab's doch nicht gegen Feuer Ist das offen? Och, Glecker doch im Arsch Ich hab noch ein paar Och, komm Die Verwirrung, Alter, ey Uh Pfff Okay Boah, aufgeholt Der war noch ne andere Leiter Ich glaub, das ist das Ziel Du wirst Hahaha Nein, der ist doch in dem Fall schritten Och, fuck off, ey Und das, obwohl ich verwirrt war, Bitches Er brennt, weil er sich vergiftet hat, das ist sein Karma Och, nicht schon wieder die Karma-Geschichten Jetzt will jeder Dana essen, weil sie ein Erdbeer ist Ja, ich kenn ja die wenigsten persönlich Aber es geht mir grad darum, zu sagen, wen ich schon persönlich kenne Und die Miss Strawberry LP hab ich auf der Yukon getroffen Stimmt, Lisa Das wird noch Ich hab dir ja schon angeboten, dass du hier einen Unterkund findest Genauso wie der gute Curry, der kann ja auch einziehen Kein Kommentar von ihm Nein Kitty Karma Oh, ich hab dir keine Karte hier drin anmachen Drück mal Y Java Mann, Java Mann, du bist unser Liebster Java Mann Hi, Lightness in Zero Schön, dass du auch noch hergefunden hast Irgendwie jeder, der mal so Stamm-Zuschauer irgendwann mal ist, war Tun sein, war heute glaub ich einmal mindestens kurz da Ist irgendwie cool Ne, Gold war nicht da Da bin ich eher Sehr, sehr traurig Der gute Evil Crank ist auch eigentlich schon die ganze Zeit hier dabei Aber er schreibt einfach nichts in den Chat Bei mir im Chat steht was von ihm Echt? Mhm Warum hör ich die ganze Zeit so ein Schlaggeräusch? Keine Ahnung Hehehehe Hehehehe Das? Nein, geht nicht Oder vielleicht auch doch Wie er mich einfach in der Lobby töten kann Hehehehe Aber nur wegen den Feuerzauber Hallo Jetzt begrüßt ihn immer alle Der Lightness in Zero ist der Patrick Der hat mit euch ähm Last of Us zusammen gemacht Könnt ich jetzt diese Feuer runter machen, ne? Warum castest du so verfickt schnell, Alter? Leck mich doch am Sack Hehehehe Ich bleib jetzt hier in der Leiter, da bin ich sicher Ja Aber tötest du dich selbst Oh, ich hab's irgendwie abgebrochen Ja, was ist der Plan? Wollen wir noch einmal hier das, das Capture the Flag machen oder ist jetzt erstmal Ende? Ich glaub Capture the Flag ist wirklich nichts Okay Aber das Rennen fand ich jetzt noch mit am Besten Wir können ja mal gucken, ob es noch andere Maps gibt Moment, ich kann mal gucken, ob es noch andere mit Ach, Alter Hehehehe Das ist ein richtiger Rage-Quiz So, aber das Spiel im Spiel verlassen Hä, nichts war In der Haus Rennen, lass mal gucken Offizielle Karten, nichts Oh, ähm Wollen wir diesen Manuel Neuer sprechen, ne? Nee, du bekommst gleich echt ein Minecraft-Timeout Das tut mir ja sehr leid, ne? Aber Hehehehe So langsam Ah Ne, das ist immer noch nicht genau so schießen Äh, wir können euch aber schon mal merken Vermutlich am 20. Wenn nichts dazwischen kommt, ist dann der 24-Stunden-Stream Da könnt ihr euch mal frei halten Wenn jedenfalls alle Personen, die ich dafür eingeplant hab Da an dem Tag Zeit haben Ne, es gibt nicht mehr Maps leider Schade Aber war eigentlich mega witzig so Da kann man locker richtig durchrushen eigentlich, wenn man den Skill hat Mit den Schriftrollen kann man auch was machen, wenn man Hotkeys schneller belegen kann als ich Ich hatte einfach das Inventar offen gemacht und dann recht klick und dann gecastet Hehehe Dieser, hör auf immer die Leute zu verarschen Und Moment Because Darf ich das machen, äh, anteasern, was du, was du machst, Lisa? So, kanaltechnisch So bei, bei mir Heheheh, Kitty Du steckst doch mit, äh, Moritz Und, äh, Manuel Neuer selbst unter einer Decke Nicht 48 Stunden 24, reicht ja wohl erstmal Hab ich noch nie gemacht, haha Dich hab ich gar nicht gefragt, Patrick So richtig böse Ne, äh, sind bis jetzt drei Leute eingeplant und bei denen weiß ich alle noch nicht, wie das so ist mit der Zeit Ähm, die hatte ich halt schon alle länger gefragt, beziehungsweise haben die mich auch schon einmal gefragt, ob die mal mit streamen dürfen Mach ruhig Ähm, weil die gute Lisa, die, die zeichnet gerade meine ganzen Sachen neu, so, ähm, was, ich komm gar nicht drauf So, hier Kanalbanner, Profilbild Und auch jetzt für Last of Us noch die Endcard Ähm, und, äh, das, das Twitter-Symbol Was, was ihr unten, wenn ihr jetzt runterscrollt im Stream, da sind ja noch so verschiedene Symbole und für, für Twitter hab ich da noch keins, was das Standard-Dings, da wird's noch was geben Und ja, eventuell ist auch Jana dabei, das hat sie ja vorhin schon angekündigt, das ist die einzige, die ich jetzt mal so verrate, die auf jeden Fall wohl dabei sein wird Na Curry, was hättest du von einem 240-Stunden-Stream? Gute, gute vier Tage Sind das vier, das sind doch nicht vier Tage Oder? Nein, 48 Stunden sind zwei Tage Ja, ich hab grad, ich hab grad irgendwie eine Null drauf gerechnet, was immer in meinem Kopf verkehrt 240 Stunden, achso, das sind zehn Alter Wie in der Lage 240 Stunden, wenn es 20 Teil ist, ist schon nicht mehr Du, jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist und so Weil so ein Zeitgefühl kann das ja nicht anders sein Da war nix, da war nix Boah, sein Karma wird da nicht schlecht Ich bin direkt alle drauf Anspinsel Das ist sehr lieb von dir, Patrick Kann man Lightness in Zero irgendwie abkürzen? Ja, aber ist nur Informatiker, ja, ja Lisa, du hast gerade die Klinge der Gerechtigkeit geerbt, ich hoffe, du gehst damit gut um Achso, wegen meinen Rechenfähigkeiten bin ich nur Informatiker Oh komm, ich hab hier was richtig imbares gefunden, komm mal rein Okay, Moment Tja, mein Freund Avakudian hat aber nicht mal einen Kanal Dann bist du hier absolut falsch Äh, Spiele haben? Ja, Johanna hat doch einen Kanal, sonst kannst du ja gar nicht Moderatorin sein Wenn ich meinen einen YouTube-Kanal Brauchst du ja nicht zum Streamen Brauch ich das auf Englisch? Okay Ist egal, mach einfach weg Was das? Was auf Englisch? Boah, wie viel die labern Du kannst ja alle time outen Und rauswerfen Und alles sowas Wenn du halt über die Namen der einzelnen Leute gehst, kannst du das sehen Aber jetzt keinen Scheiß erbauen Fick dich Ey, hier ist ein Dialog drin Echt? Ich kann dich nicht töten Du kannst ja ruhig reinkommen So, irgendwas hier? Ich explore das Haus Nach ein paar Momenten findest du einen Weg Leading into the Storroom Let's go Check it out Hier schon das nächste Was ist denn das, was du dir angemacht hast? Nicht mehr Ach, Alter, lass das doch Oh, sorry, jetzt noch ein Dialog Ich dachte, jetzt einfach enden und nur Loot Ich muss meine scheiß Rüstung nachher wieder reparieren wegen dem Kack So, es tut mir vielleicht, glaub ich Boah, ist egal, viel Loot, Alter Aber alles nur Einfaches, was man nur einmal aufnehmen kann Grüne Essenzen brauchtest du nicht, ne? Ich weiß gar nicht mehr Was braucht ein Grün und was brauchte ich noch? Ich erinnere mich gerade nur an den Grünen Da ist eine Tür und noch ein Gelände Rot war für dich, das weiß ich Arcan war auch für dich, ne? Ja Geh mal hier auch rein Warte eben Brauchte ich Gelb? Da oben ist noch eine Truhe, ne? Hey, da hat sich wer mit dem Medieninformatiker das gemerkt Ja, aber Crew, ich würde ja mal lieber zurücknehmen, die Lisa ist eine ganz, ganz krasse Was zur Hölle? Ich will auch Moderator sein, ja dafür kenne ich dich nicht lange genug Hier ist ein Dialog, ein Klo-Dialog Ahhhh Ahhhh Oh Ja, das passiert bei mir im Klo auch immer Wenn ich die Spülung drücke Nö, ich hab eigentlich auch ein Loch, ich will gar nicht ins Klo, ich kack immer in ein tiefes Loch Hä, was ist denn das da für ein blaues Ding? A Gate Ist das jetzt eine Kampagne oder was ist das dann gemacht? Ja, das ist doch so eine Custom Kampagne Aber für Level 3 bis äh 5 Also, sollten wir eigentlich locker relativ schnell schaffen, daher hab ich gedacht Aber eine ganze Kampagne ist... Au! Ich wurde gerade belegt mit dem Effekt feuchte Hände, sag ich normalerweise nicht